So meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist ein ganz besonderer Tag, heute geht es mal nicht um Fahrzeuge, heute geht es um Flugzeuge. Das wird auf jeden Fall richtig geil, denke ich. Rick, willst du eigentlich mal kurz ein erstes Statement geben, was hier heute geplant ist? Robert, hier drüben, der hat mir zum Geburtstag letztes Jahr geschenkt, komm regiert, aus dem PS-Blöden sind die ganze vergessen. Das ist eine riesige Packung, und zwar Kunstfliegen. Aktuell geht es mir noch sehr gut, nach den Stefan-Raab-Videos. Ich freue mich, dass er mal einen kleinen Ausschnitt einblenden kann. Wir brauchen ein bisschen anders. Ich bin wirklich gespannt, ich freue mich drauf, aber ich kann kein bisschen Bammel in die Basis. Das ist doch nicht wirklich woanders in Robert. Was ist denn da, wo ich gesagt habe, was der da drüben? Ey, da waren wir richtig. Dann nimmt der Verpflegungsbeutel. Gut, haut rein. Lauf bis zu weit, ja. Ich weiß, wo das ist. Und zwar, da stehen die Flieger nämlich schon bereit, ich habe es nämlich schon gesehen. Wir brauchen jetzt wirklich Lauf. Ne, Autofahren, wirklich. Ist das bei Leipzig, oder was jetzt? Ja. Guten Tag. Hi. Kein Problem, gerne. Gib mal die Linke. Guck mal. Guck mal. Andres, Corona. Guck mal. Guck mal. Ich brauche eure Namen alle, wegen der Infektionskette. Ja, ja, ja. Sieht doch super aus, ja. Ey, das ist geil aus, ja. Also ich flieg heute. Robert. Ja, habe ich. Robert, stell dir einfach vor, du sitzt vorne drin. Auf einmal sage ich, dreh dich mal rum und auf einmal steuer ich das Ding. So, hast du gesagt, wer vorne drin ist? Wer ist denn jetzt? Wege ich mir? Ich bin der erste und der muss dann auch. Da wollen die beide gleich zusammen. Ne. Dann brauche ich nicht mehr. Robert, denk dran, wenn Rick zuerst fliegst, sitzt du dann im Nassen, ne. alles was geht also brechen müssen die jungs also gerade es gibt eine dringel wenn es nicht wird bei ihm also es wird richtiger kunst so dass man hinterher auch im prinzip erlebt was gelaufen ist man soll es ja nachvollziehen man soll spaß dran haben immer lächeln jetzt beim anschneiden willst du die wirklich hierhin haben hier vorne das gesicht sehen oder was ok das ist das hier mal rein und t-shirt ein t-shirt ok dann gut ist vielleicht nicht dass da nicht schwitzt ist das warm da oben noch mal ein letztes abschießbild warte bis ich fertig bin und jetzt noch mal rechts nicht so zappeln passiert noch nix noch bist du am boden jetzt ziehen wir dich am becken richtig fest jetzt schön zuhören die füße nimmst du schön nach vorne richtig vor die knie richtig rüber drücken wie auf also die frauen wissen wie das ist so beim genau beim frauen ah ok so die knippel zwischen die bene der ist genau richtig wie er sein muss dann haben wir hier nachher im prinzip ein knopf da kannst du drauf drücken und wenn du drückst gedrückt lassen reden mit mir sagen hey pass auf kein bock mehr ist schlecht oder so ok oder hier vorne löst sich was die kiste kommt gerade aus der jahresmann-pfiffung also da ist alles tagger also da drücken, reden, du kriegst ja noch ein headset auf dann haben wir permanent funkkontakt ich sage dir vor jeder figur was wir machen ich frage dich nach jeder figur ob alles in ordnung ist ok sobald von dir kein ton kommt so oder was weiß ich kommt dann höre ich sofort auf zwei daumen hebst dann immer kranker mehr ja sehr gut ist klar ne also wenn du beide daumen hebst ist immer mehr aber das heißt nachher auch hier unten mehr also das mehr achso achso ja du das ist ein Problem wie meins pass auf hier in der kabine reingucken macht keinen sinn da wird es dir bloß schwummerig ne ok weil der alles noch wackelt das ist ja ein fahrtenmesser im prinzip sag ich dir nachher der wird immer hier irgendwo in dem bereich so sein zwischen 160 und 250 fliegen wir nochmal und hier hast du nochmal ein höhenmesser der zeigt dir nachher so bei 1000 m alles an verstehe ich ja nie deswegen du immer nur raus und zwar hier vorne raus gucken dass du den Horizont schön siehst und wenn ich sage guck über die fläche meine ich hier drüben die fläche ok da guckst du hier raus zum beispiel wenn wir hochziehen zum looping dass du siehst dass es wirklich rund ist ah ok alles klar oder wenn wir in die senkrechte gehen dass du siehst aha das ding steht tatsächlich senkrecht am Horizont ok alles klar ja das kriegst du im prinzip im vorfeld gesagt von mir na gut und ansonsten wenn dir schlecht werden sollte rechtzeitig bescheid sagen dann das mikrofon wegklappen nicht auf die anzeigen da vorne ist eine tüte ach hier wie im flugzeug sag mal ja da hast du Ulf rufen ne Ulf 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 Wir haben ein paar mehr Tüten dabei ne ja alle mögliche ich lasse meine dann direkt für dich hoch alle mögliche ich glaube vor uns noch mal Eisbein ha 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 alles weiß gut hier Schatzi Aua einmal eine Säurebrille nochmal reinnehmen bitte hier Alter wir müssen mal die GoPro noch in dem Stück das haben wir ja noch so ok das ist alles gut ok warte mal auf kannst du dir auch davor stellen ganz vor ans flugzeug er nimmt mal hier seine Hand raus Daumen hoch und dann von unten nach oben geiles Foto machen ne so schräg Kopf zur Seite das ist ich kann das nicht mit dem Publust gib dir wieder Mühe ich kann das wirklich nicht bei anderen hab ich überhaupt keinen Spaß dran ach ich will pausen er wirkt doch nicht dämlich aus ich weiß es doch nicht ich kann das nicht machen wie ihr wollt so jetzt hast du an der rechten Seite noch ein Headset warte wie muss ich das aufsetzen so an der Seite sind noch solche die Gurte die an der Seite runter hängen hier Mayday ok also der Abgrund ist nah Rick letzte Wurte ich liebe dich doin' sie doch nicht sagen meiner Freund beat Ich ring ihn doch auf ich ring ihn ein ja wieder oder? nur wie kann ich versprechen irgendwie wird er schon wieder runter geworden narumm egal nein impost du runderstück Scheiße hohohohohoho ein Ring doch mal wegen dem Vertrag wegen dem Anteil nochmal wenn dein Alpha zu Haus ist das war die 21007 der Piens vom North coffee Wollt du anschieben? Oh ne, das rauf! Puffe! Das wäre ich normal! Er fängt von dir zu bange! Ich hab' ich rauf'n! Gut! Ich hab' ich rauf' in Berlin! Töne 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 Das ist ein D Untertitelung. BR 2018 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 Ich meine, das Ding hab ich selber noch nicht gemacht, aber gut, wenn er es will. Probe hier, was soll es? Bewusstlos. Der selber. Der kriegt irgendwie einen epileptischen Anfall hinten. So geil. Komplett verkrampt an dem Ding. Der sagt ja, jede Figur sagt er an. So, jetzt gut. Vor allem die Figuren. Jetzt machen wir einen Schwaden, der weiß gar nicht, was passiert. Hat doch mein lieber Schwaden. Mein lieber Schwaden. Na gut, die sieht nicht schmack aus, aber ein bisschen runter müssen. Die sieht nicht schmack aus, aber ein bisschen runter müssen. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020